Aber der hat es vor. Kannst du deine Hand um deinen ganzen Hals drehen und dann nochmal wichsen? Ich finde, liebe Epic Landay Etosche Landay Epic 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 Landay Ben ich auch Epic Landay Epic Landay Epic Landay Elena ist verliebt! Elena ist verliebt! 20 Euro Geht bei mir gut und dir? Hä? Das macht keinen Sinn? Was geht bei mir gut und dir? Was? Wir sitzen hier Die Frage macht ja schon keinen Im Dunkeln Häng ich mir auch grad Hallo Sebastian Der Typ der hat bitter nötig Der Typ der war ganz alleine an der Bar Der Typ der freut sich schon auf die WM dieses Jahr Das hat sich gereimt Ha! Ansage an André Scheiße reingeschaut Okay mach's aber mach's schnell Hey willst du das Thumbnail? Ins Thumbnail? Thumbnail? Hallo ja willst du? Äh episch Landei Und du flern in der Feind Show me dick 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 Like a Earthquake Wir sollten ein Remix machen Fumbnail Dann wäre ich extra schön Erstmal Thumbnail 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 Ist schon viel cooler So kriegen wir Aufmerksamkeit Du musst einfach nur näher ran Wir sind hässlich man Pflichtmann Ich wollte spielen Juhu Das war ungeplant Ja Bin ich vielleicht der geheime Bruder von ungeplant Ha! Nein! Fuck! Juhu Hallo Kevin Außer wir wollen's auf YouPorn hochladen Oh Ja Mäß Eine Frau das kommt ins Thumbnail Das ist das Thumbnail Das ist das Thumbnail richtig Ja genau Richtig er freut sich Hallo Hast du gefurzt? Nein hat er nicht Jetzt hat er zweimal gefurzt Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich setze mich im Dunkeln Und die Kamera hat sich dann davon Oh Dann Schließt sie neu an? Haben sie versucht das Gerät neu zu starten? Ja Nein die Kamera hat sich aufgehangen Ja Ich wollte gerade sagen Die Kamera hat ihr Leben genommen Was zur Hölle? Ey Ich will auch die Bisschen drauf hören Ey Ich will auch die Bisschen drauf hören Ey Das singst du? Ja Ich habe mir das nur zum Singen gekauft Aber der hat es vor Kannst du deine Hand um deinen ganzen Hals drehen und dann nochmal wichsen? Hallo? Ich glaube der Wir haben den verstört glaube ich Ja Eigentlich meinten wir den davor Okay Ja Dann kommt ins Thumbnail Ja Mach fang an dann Mann wie auch fragst du noch man? Mann Ich glaube Das war Spaß Weil ich habe das Mikrofon Weil Ähm Ja Weil Das sieht cool aus ne? Ja Nur deswegen Ja Nur deswegen Keine Ahnung wo ich da Äh Keine Ahnung Also erstmal das Shirt ausziehen Und dann Nein Nein Spaß Okay Peter Peter Hallo Peter 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 Ich höre dich nicht du bist ganz leise warte mal ich mach mal laut Sag mal was Ich bin mit dem Mikrofon begann Ähm Du hast nämlich jetzt mal so zu Herzen okay Hallo Und er hat Standbild Und er ist wieder da Hallo Und der hat dreimal gefurzt Hörst du mich? Ja ich hör dich Okay 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 Er zockt Er zockt Nein ich bin nicht am masturbieren Hier Da ist ein Schwanz Ey Im Durchschnitt hat jeder fünfzigste Typ hier erst Ein Bild von sich wo er Wo man sein Gesicht sieht und nicht die ganze Zeit Ich bin gleich am wichsen Ich bin gleich am wichsen Ich bin gleich am wichsen Meine Fresse alter Kriege ich ja Aids Warte wenn du ein bisschen näher gehst dann sieht das aus als wäre das Mikrofon dein Penis Ich bin gleich am wichsen Ich bin gleich am wichsen Jetzt musst du Boah Kinder alter Das ist die leiste Porno seit für schwule alter Okay würdest du ein Quiz für die Ladies machen die alle dieses Video schauen Es schauen keine Frauen das Video Doch eine Lena Ach Lena guck dir das Video stimmt Do you remember the time where we fell in love? Remember the time Ich mach hier mal das Video aus Vielen Dank fürs Zuschauen hier Spastis Guck bei Andre Mello vorbei der hat auch ein Omegel Video gemacht Nein Nein